Wenn du mit Kevin gefahren bist, um zu sehen, ob ich besser als Kevin bin. Ich krieg irgendwie Schaden. Nein. Ich lieg im Bett. Ja, ähm... Okay, pass auf. Ich muss jetzt ganz kurz... ...eine meiner besten Kämpfe rausholen. Oh nein. Du bist Tyler Durden. Du kämpfst gegen dich selber. Das ist Real Talk, gerade ein bisschen Schattenboxen. Na, wo bist du, hä? Das ist Real Talk, gerade ein bisschen Schatten. Das ist Real Talk, gerade ein bisschen Schatten. Das ist Real Talk, gerade ein bisschen Schatten.